Es war sicher nicht leicht, weil drittes Spiel in acht Tagen und die Konzentration hat eine wichtige Rolle gespielt. Der baseline hat einen zweiten Ball oder einfach so einen Konter und dann kriegst du einfach so einen blöden Tor. Aber wir haben es eigentlich recht gut gemacht, auch wenn es nicht auch geht. Die anderen waren auch müde, vielleicht schaut es auch wie ein Lachs aus. Aber wir haben eigentlich das gemacht, wenn wir ungefähr das Spiel vorgeleitet haben. Und es geht gut. Dann hat noch Asit Malaya, Gold Malaya und leider danach hat es 2-0 verschossen. Aber ein guter angeschlossener, neiner Punkt und weiter so Spiel für Spiel. Gut. Wir denken. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.